Da sind wir wieder bei Let's Play, Play, Play Minecraft Ähm, jo, wir sind hier in unserem neuen Gebiet Was ich echt einfach nur herrlich finde Sieht richtig geil aus Die Frage ist, ob das ein Landstrich ist Oder einfach eine größere Insel Ich vermute eher das erste Aber das Gelände ist eigentlich richtig fantastisch Für eine Burg oder irgendwie sowas in der Art Haben wir Erde dabei? Jaaa Die Mobs sind jetzt zum Glück auch weg Da es ja eine neue Aufnahme ist Oh ja, ich habe schon richtig geile Vorstellungen für das Gebiet hier Aber das würde dauern, riesig dauern Das würde vielleicht gut für die zweite Staffel passen Als Starkgebiet hier Oh Du kannst mal lieber abhauen Hehehehe Tschüss Die saugen wir hoch Ja toll, nur ein paar Erfahrungsbildchen Ja toll, nur ein paar Erfahrungsbildchen So Haben wir jetzt Glück mit Ein paar Setzlingen Oder eher nicht Sieht nicht so aus, ne? Doch, einer Wir zwei haben wir schon gut Auf zum nächsten Baum Erstmal lupi lupi machen Wir hören uns jetzt hier Wir hören uns mal an Du bist nicht Hieriler Diesky Wir hören Wir hören Du bist Los oder Wir hören Ich Ich Wir hören Wir hören Oh, wie geil das hier einfach aussieht. Kohle, die lassen wir mal hier drin. Also wenn wir mal Glück haben, ist das eine etwas größere Insel, aber ich glaube noch nicht dran. Oh, ein Setzling, den nehmen wir auch mit. Bekunden wir mal die Gegend weit. Warte, ich habe nur noch zwei Fackeln. Äh, okay. Das dürfte hier Waldgebiet sein, das ist Fichtenholz. Mich würde mal interessieren, ob hier irgendwo noch diese Akazien rumstehen. Hühner, Schafe. Was war das? Oh, ich hoffe das Ding hat uns nicht gesehen. Beziehungsweise ich habe den nicht in der Augen geguckt, ohne dass ich es gemerkt habe. Oh, hier im Wald kann man die aber auch schlecht unterscheiden, letztendlich. Und das kann auch mal aufhören zu regnen. Ist das jetzt wieder mehr da hinten, oder? Hat da bloß noch nicht die Weltwerte aufgebaut. Oh, sollte man da wirklich Glück haben, oder das ist eine riesige Insel? Okay, das wär's ja. Dann könnte man die Burg bauen, Dörfer, einen kleinen Hafen. Oh, da hinten geht's weiter. Dann kommen wir hier irgendwo passend runter. Erstmal vielleicht was futtern. Dann... 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 Okay, das ist wohl doch keine Insel, schade, schade, aber eigentlich auch gar nicht so schlimm. Das war cool gewesen. Oh yeah, Pumpkins. Und den Pilz hätte ich mir vielleicht auch mal Krallen, die können wir dann anbauen. Nehmen wir zweimal mit. Okay, jetzt wird es wieder Nacht und damit gefährlich. Kühe, yeah. Oh, ich habe mir eine Werkbank nicht mitgenommen. Oh, das ist ja auch clever, ey. 1, 2, 3, 4 und wir bohren uns jetzt schnell ein Boot. Und verdrücken uns mal über den Wasserweg. Wenn das jetzt so ein kleiner Fluss wäre, der die ganze... Oh, was war das denn? Ich konnte nicht mehr mehr gegenlenken. Oh, ein Creeper. Wir müssen hier schnell weg. Achso, nur wenn ich dabei W drücke, kann ich lenken. Ist ja auch interessant, das wusste ich noch gar nicht. Hoffentlich sterben wir jetzt nicht. Okay, meine Hoffnung ist zerstört worden. Oder ich gucke in die Richtung. Das geht auch. Das ist wesentlich einfacher. Tschüss Spinny. Tschüss Zombie. Umfahren wir das Gebiet einfach jetzt mal grob. Spinnny. Wo ist denn das? Sind das Bäume? Ist da vielleicht eine Akazie mit bei? Hä, sind das wirklich Bäume? Ja, sieht komisch aus. Ich glaube das sind... Obwohl, das könnten andere sein. Die sehen... ...von bewuchs komisch aus. Nein, unser Boot! Ja, das war sehr unkleber. Dann hau ich das lieber jetzt in die andere Richtung. Oh nein, ein Creeper. Hä? Gut, so geht's auch. Da oben ist auch noch einer. Oh, ein Haufen Zombies. Das gibt's doch gar nicht. Jetzt mich verarschen, Boot. Oh ne, jetzt sind das Skelett-Dinger auch dabei. Oh. Ich warte jetzt einfach, bis es Tag wird und komme dann nochmal her. Fertig. Wir haben im Boot gar kein Hummergefühl. Äh, okay. Okay. Sind wir hier ein ganz schönes Stück gelaufen. Hm. Musik Upsala Okay, ich habe auch relativ viele Fackeln gesetzt, ihr habt ja Kein Wunder, dass die alle waren So, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal wieder ein Folgenpäuschen Spitze, bedanke mich, bis zur nächsten Folge Das war's für heute, bis zur nächsten Folge